Das ist nur für euch Zuschauer Na pfff Wie weit bist du bis jetzt gekommen? LOL LOL Wer hab ich jetzt das geschafft? LOL Das war grad so komisch Und ich will endlich diesen scheiß Eisenblock hier fertig haben Weil der sieht so scheiße aus Irgendwie verdirbt er mit der Zeit die ganze Stimmung am Plane Vor allem ich hasse Leitersprünge gegen sie Ja ich auch Er könnte doch wenigstens mal Blöcke einbauen Ist so Ja war klar ich hasse diese Sprünge Ist klar du hängst doch oben an der Leiter fest bei diesen Sprüngen Hm? Da hängst noch oben an der Leiter fest Ja dann Oh Das ist so ein Sprung Ups Dann hält er sich nicht fest Ja genau Ups Hä? Ach so jetzt Ja ich wusste es Diese Sprünge kann ich einfach nicht Mit allen anderen habe ich kein Problem außer mit dem Doppel Äh mit dem 2 nach hoch und 1 gegen rüber Die hassen mich und ich hasse sie LOL War auch mal wieder klar Ja Wenn du beide geschafft hast nachher machen wir dort noch ein Checkpoint dahinter Welche beide? Äh die 2 sind so direkt 2 ähm Doppelsprünge nachher Guck Jakob Wenn du den und den hier geschafft hast nachher machen wir hier oben eine Leit äh ne Checkpoint hin Hier ne? Dann Ja Ne hier oben Hier Aha Gott Da muss ich mal noch den und den schaffen Ich schalte ihn schon aus Das ist eine Eröffnung an der Aufnahme Ja der Ton ne? Mh Ist so Hat es langsam mit dem Gurusprünge ey Ja ist klar dann rutsch ich über die Leiter Föööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö hoch nein ja ich wusste es immer bei einem von diesen lol bin ich der einzige oder habe ich hatten auch noch andere das gefühl wenn man länger auf der space taste bleibt nachher sprengt man auch weiter man hat nur das gefühl aber es ist nicht so komisch manchmal lol wie ich das hasse wenn er nicht bringt dann ist es weil du schon ab dem blog ist das weiß ich auch aber es ist eigentlich unlogisch weil ich ich spring zu er ich drücke zuerst die space taste ach du kannst mich mal langsam mein finger tut weh okay na uhr dachte schon ok jakob nicht jetzt ich weiß wenn du runtergekommen bist ich bin noch weitergekommen ich bin noch weitergekommen ja okay komm dann mach ihn hier hin es ist leichter ich bin nämlich auch schon hier hingekommen ne warte dahin dahin diese fackeln hier weg hier bist du schon hier hingekommen ja ja ich war ich bin hier glaube ich hier runter hier bin ich runtergekommen okay logisch das ist nur für euch zuschauer aber klar aber klar da das ist da das ist dann das ist der wir ich bin noch drauf scheiße ach mensch ja genau ist klar das ist echt nicht mehr auf der leite woher beruhigen und weiter geht's nein pfff du schaffst das ich glaube an dich ich war in der letzten leiter scheiße wir haben unsere aufgaben gelöst ich bin oben wir haben unsere aufgaben gelöst wenn welcher stefan hat sie gemacht das ist jemand von unseren klasse ich glaube wir gehen den ausgang ja ich krieg den score alter mann ich habe eingenommen danke wie viel hast du jetzt sehen du ja es hast du challenge 3 zugemacht so alter was jetzt ist sie offen okay oh endlich aus diesem leicht mittel die smaragd höhle warte mal komm mal flieg mal hier rauf und dann siehe das an mit dem schwert hier ja es ist lustig aus wo wenigstens sind wir hier fertig ja es ist zu viel zuschauen ja es ist zu viel zuschauen leute kommen sie so hochklettern also leicht mittel dies macht hülle challenge 3 gebaut von wo er endlich fertig mit dieser ok weiter ja stimmt dass ich mit dieser ok wer jetzt kommt dieser leite sprung wenn man hier runterfällt wenn du das glas kaputt machst 0 dieser sprung ist doch unmöglich nee nee geht geht schon aber ich weiß also ich denke das ist schon mal mittel der bauer kann nicht mal der lokal 3 ich hasse gehen gefällt mich ob man in einem zuzug durch muss oder nicht du bist schuld jacob wieso nicht das hängt ihr nicht geschafft haben ja hm au super was machst du ich google was noch kurz und was jacob was googelst du bitte nach ach komm schon jetzt wegen wegen battlefield 4 das hat auch nachher noch zeit ja ist noch kein termin bekannt wenn es rauskommt boah ist klar ne wie viel weiter gibt es noch ok ich hasse den hier um den ecken ja hast du die lianen weg gemacht nein doch hier waren leeren hier hinten hier gleich hinten dran hat es ja hier ach egal ich habe gar nichts gemacht was kommt dann bald so geile neue filme raus ok ja ja boss in the fuel is 6 und hangover 3 hehehe und dann noch the wars set und fuck you ich hasse das und hangover 3 und boss in the fuel is 6 top 16 wer interessiert mich wer dich schauen kann und du nicht na und ach ich prall hier immer gegen den das ist mir auch schon passiert ich spring dich erst mal ich sollte das gehen du musst jetzt in sie rausspringen und dann direkt reinziehen ja ist das möglich ja das geht schon irgendwie lol wieso schaffe ich jetzt diesen von mir nicht mehr weg und nie von mir gut ug das leip das ist das alles gut mor